Die Lutzhausen, die Lutzhausen, die fehlt uns, aber wir haben fünf schnelle Damen. Julia Rieger auf der Mann 4, die Lokalmaterin hier aus Glitzhausen. Sieht sehr, sehr gut aus, was sie hier zeigt. Vor ihr noch Anne-Nier Otto von der Elke Güter. Hier fängt man mit der Sendung an die Lutzhausen an die Lutzhausen, die Lutzhausen, in der Kommune. Sieht sehr gut aus, dass die Lutzhausen nicht mehr so verfolgt wird, aber auch das ist eine Einrichtung an die Lutzhausen. Die Lutzhausen haben eine Art Lutzhausen, die Lutzhausen und die Lutzhausen der Nachbarschaft. Sieht sehr gut aus, dass sie für ein Rundhausen sind. Vielen Dank.